Sein Blick ist sprichwörtlich, ebenso sein Wesen. Ob klein oder groß, gelassen oder lebhaft, kein anderes Tier ist dem Menschen so treu ergeben wie der Hund. Seine Erfolgsgeschichte führt durch alle Zeiten, Kontinente und Kulturen. Sie beginnt in grauer Vorzeit. Der Hund wird zum ständigen Begleiter des Menschen, macht sich überall nützlich und beweist sich vor allem auf der Jagd als Multitalent. Seine wahre Stärke aber zeigt er als bester Freund und Partner. Das hat nicht nur Friedrich von Preußen erkannt, sondern schon viele Könige und Herrscher vor ihm. Als verlässlicher Weggefährte wird der Hund bereits im Altertum verehrt und gelebt. In Ägypten sogar als Seelenführer der Toten vergöttlicht. Er ist das erste Haustier des Menschen und er gibt mehr über unser Wesen preis als wir ahnen. Der Grauwolf. Er ist der Stammvater des Hundes. Ein schneller Beutegreifer. Stark, robust, flexibel, schlau. Ein gefürchtetes und überaus erfolgreiches Raubtier. In der Geschichte der Evolution nimmt er einen Spitzenplatz ein. Bis zur Sesshaftwerdung des Menschen in grauer Vorzeit ist der Wolf das am weitesten verbreitete Raubtier der Erde. Karnis Lupus erscheint vor etwa einer Million Jahren auf der Bühne des Weltgeschehens. Von Europa und Asien aus verbreitet er sich nahezu auf dem gesamten Planeten. Er trotzt extremen Klimazonen und noch so schwierigen Lebensräumen. Der Grauwolf ist ein Überlebenskünstler. Als er 45.000 Jahre vor unserer Zeit zum ersten Mal auf Menschen trifft, lässt der Wolf sie nicht mehr aus den Augen. Er beobachtet ihr Verhalten genau, wie Forscher sagen. Denn der Mensch ist wie der Wolf ein erfolgreicher Jäger und ist genauso wie er auf Großwild spezialisiert. Häufig müssen sich beide dasselbe Jagdgebiet teilen und kommen sich dabei in die Quere. Im ewigen Kampf ums Überleben in der Eiszeit stehen sich Mensch und Wolf zunächst als Fressfeinde gegenüber. Erst als extreme Klimaphasen die Jagdbedingungen verschlechtern, macht der Wolf einen alles entscheidenden Schritt. In Zeiten der Not wagt er sich bis zu den Lagerplätzen der Menschen vor und wühlt in ihren Abfallhalten nach Essensresten. Es sind die weniger scheuen Tiere, die den Mut aufbringen, die eigene Fluchtdistanz zu verringern. Der Hunger ist größer als ihre Furcht. Die Jäger lassen sie gewähren. Mensch und Wolf gewöhnen sich aneinander und sie gehen eine Zweckbeziehung ein. Die Familien dulden die Wölfe in ihrer Nähe und nutzen sie im Gegenzug als Frühwarnsystem vor wilden Tieren und zum Aufspüren von Beute. Die Zusammenarbeit beschleunigt die Entwicklung. Der Lagerwolf entsteht. Ein Mischwesen, das zwar nicht völlig gezähmt, aber im Umgang mit dem Menschen bereits erfahren ist. Irgendwann kommt es zu ersten erfolgreichen Zähmungen. Vermutlich zufällig. Vielleicht wecken niedliche Wolfsjungen Zuneigung und Beschützerinstinkt der Sippe. Doch trotz der Prägung auf den Menschen ist die Beziehung für beide nicht ganz ungefährlich. Halb zahme Wölfe verursachten auch Kosten. Sie respektieren nicht unsere Vorräte. Sie werden sicher gelegentlich die Fellbekleidung unserer Vorfahren gestohlen und gefressen haben. Und wenn das eine oder andere Kind dabei war, dann war es vermutlich noch unangenehmer. Also man hat mit diesen ursprünglichen Wölfen, die dann schon langsam zu Hunden wurden, mit Sicherheit nicht nur gekuschelt, sondern man hat die in Zeiten der Not oder auch routinemäßig gelegentlich auch gegessen. Sein schlechtes Image als kinderfressendes Ungeheuer ist der Wolf nie ganz los geworden. In den Märchen der Brüder Grimm wird er sogar als das böseste Tier der Welt beschrieben. Ein großer Irrtum. Wölfe sind zwar Raubtiere und in jedem Rudel gibt es ein Alphatier und eine feste Rangordnung. Trotzdem sind sie Teamplayer und besitzen ein ausgeprägtes Sozialverhalten. Erst ihre angeborene Bereitschaft zu kooperieren, hat die Geschichte der Evolution entscheidend verändert. Professor Kurt Kotrischal ist Mitbegründer und Leiter des Wolf Science Center im österreichischen Ernstbrunn. Seit Jahren untersucht der Wissenschaftler das Verhalten von zahmen Wölfen, um hinter das Geheimnis der engen Mensch-Hund-Beziehung zu kommen. Du wirst ja immer weißer. Ja, ist ja gut. Der Grund, warum Wölfe und Menschen und dann in späterer Folge Hunde und Menschen so gut zusammenpassen, ist, weil es kein Tier gibt, das uns ähnlicher wäre im Wesen wie der Wolf. Menschen und Wölfe sind Kleingruppenwesen, die wunderbar innerhalb ihrer Gruppen, innerhalb ihrer Clans kooperieren. Die Aggression ist also kaum vorhanden innerhalb der Gruppe, aber ziemlich stark ausgeprägt zwischen den Gruppen. Und diese Grundorientierung von Mensch und Wolf mag mit dazu beigetragen haben, dass man sich vor 40, vor 45.000 Jahren dann gefunden hat. Der Wolf ist nicht nur die Urquelle für das Sozialverhalten von Hunden, sondern auch der Stammvater ihrer körperlichen Eigenschaften. Sein Erbgut ist von bester Qualität. Vor allem die Sinnesorgane sind hoch entwickelt. Mit seinem Panoramablick erfasst er eine Fläche von über 250 Grad. Im Dunkeln sieht er ausgezeichnet. Und selbst winzige Insekten erkennt er noch aus drei Meter Entfernung. Am besten entwickelt sind aber der Gehör und Geruchssinn des Wolfes. Er kann seine Beutetiere auch dann ausmachen, wenn sie weit entfernt oder verborgen sind. Zudem hört er Laute im Ultraschallbereich. Eine Welt, die dem menschlichen Gehör völlig verborgen ist. Der Geruchssinn ist für den Superjäger am wichtigsten. Er kann selbst eine drei Tage alte Witterung aufnehmen. Möglich macht er seine große Riechschleimhaut in der oberen Nasenhöhle. Der Wolf hat eine feine Nase. Die Frage, wann und wo der Übergang vom Wolf zum Hund erfolgt ist, beschäftigt Experten weltweit. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Schädelform. Prähistorische Hunde haben breitere und kürzere Schnauzen. Auch ihre Gehirnkapseln sind breiter als bei Wölfen. Eine Folge der Domestikation. Ein 36.000 Jahre alter Schädel aus dem belgischen Goyer belegt, dass der älteste Hund der Welt ein Europäer war. In der Chauvet-Höhle gibt es aber noch einen spannenderen Fund. Die weltberühmte Kaverne im Süden Frankreichs gehört zu den wichtigsten Kulturstätten aus der Eiszeit. Sie erlaubt einen einzigartigen Einblick in die Lebenswelten von damals. Spektakuläre Tierdarstellungen bilden nicht nur die Artenvielfalt jener Zeit naturgetreu ab, sie erzählen auch von den Glaubensvorstellungen der Menschen. Die Tiere, die sie jagen, sind ihnen heilig, denn sie ernähren sich von ihrem Fleisch. Aus dem Jahr 1994 ist die Entdeckung von uralten Fußspuren. Sie gehören zu einem etwa acht Jahre alten Jungen. Ob er vor einem Unwetter in die Höhle geflüchtet ist, lässt sich nicht sagen. Aber der Boden muss feucht gewesen sein. Das Kind, so sagen einige Experten, war womöglich nicht allein. Zur selben Zeit könnte sich in der Chauvet-Höhle auch ein Tier aufgehalten haben. Und zwar entweder ein Wolf oder ein Hund. Denn auch seine Abdrücke sind dort zu finden. Niemand kann sagen, ob sich die beiden in der Höhle tatsächlich begegnet sind oder ob das Tier den Unterschlupf später aufgesucht hat. Die Fußabdrücke des Jungen liegen zwar in unmittelbarer Nähe zu den Tierspuren, doch das kann Zufall sein. Die Hintergründe bleiben für immer unaufgeklärt. Sicher ist nur, dass beide die Chauvet-Höhle im selben Zeithorizont genutzt haben, vor rund 26.000 Jahren. Einige Forscher glauben sogar, dass die Abdrücke von einem Hund stammen und nicht von einem Wolf. Und schließen daraus, dass es bereits in der Eiszeit eine enge Mensch-Hund-Beziehung gegeben hat. Bewiesen ist das aber noch nicht. Den ersten eindeutigen Beleg für eine persönliche Bindung zwischen Mensch und Hund liefert der etwa 15.000 Jahre alte Fund aus Bonn-Oberkassel. In einem Grab lagen nicht nur die Überreste eines Paares, sondern auch die Knochen eines Hundes. Es ist ein archäologischer Beweis für das einmal Zusammenleben von Mensch und Hund in dieser sehr frühen Zeit. Und im Grabkontext selbst drückt sich eben eine besondere Beziehung zwischen beiden aus. Einen Entwicklungsschub erfährt das Verhältnis zwischen Mensch und Hund wahrscheinlich am Ende der letzten großen Eiszeit. Mit dem Aussterben des Mammuts und anderer Großwildtiere braucht der Mensch andere Überlebensstrategien. Der Hund übernimmt dabei eine völlig neue Aufgabe. Er wird zum Partner und idealen Jagdgefährten. Die neuen Beutetiere sind kleiner und vor allem viel schneller. Der Hund spürt sie auf, selbst im Dickicht der Wälder und treibt sie vor den Speer der Jäger. Als in der Jungsteinzeit aus Jägern und Sammlern sesshafte Bauern und Viehzüchter werden, hat sich auch der Hund weiterentwickelt. Inzwischen ist er so weit angepasst, dass er sich von den Siedlern füttern lässt. Der leidenschaftliche Fleischfresser entwickelt durch eine winzige Genmutation sogar die Fähigkeit, aus Getreide Stärke zu verstoffwechseln. Und er übernimmt neben seinem Wachhundjob noch einen weiteren Posten. Er soll die Ziegen und Schafe der Siedler beschützen. Das geht nur ohne ausgeprägten Jagdtrieb. Der Hütehund gewinnt schließlich vollends das Vertrauen der Menschen und sichert sich einen festen Platz in ihrer Gemeinschaft. Eine Aufgabe, die der wilde Wolf niemals erfüllen konnte. Dafür besitzen sie Eigenschaften, die der Hund längst verloren hat. Wölfe sind bereit, ihr Essen auch mit Rang niederen Tieren zu teilen. Trotz seiner klaren Hierarchie zeigen sie sich innerhalb ihres Rudels großzügig. Wölfe kooperieren sehr stark miteinander, sind aufeinander angewiesen, können im Prinzip ihr Leben nicht wirklich alleine meistern. Also sie sind erfolgreicher, wenn sie einfach kooperieren. Und eine Grundvoraussetzung für Kooperation ist Toleranz. Hunde reagieren ganz anders. Genau wie bei Wölfen gibt es auch bei ihnen eine klare Rangordnung. Doch durch die enge Bindung an den Menschen hat sich das Sozialverhalten von Hunden gegenüber Artgenossen völlig verändert. Meru ist der Chef, Chiara der Rangniedere. Das Experiment macht deutlich, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Wir sehen hier, wie der Meru zuerst die Futterschlüssel nicht findet und dann hier vorbeiläuft. Der Chiara läuft direkt hin, fängt an zu fressen, in dem Moment bekommt der Meru das mit, dreht sich um und geht auch hin, baut sich einmal kurz auf, macht sich groß, stellt auch die Rute auf und der Chiara zieht sich sofort zurück und von da an frisst der Meru alleine. Die Domestikation hat ihren Preis. Hunde untereinander denken nicht daran zu teilen. Was uns das im Prinzip sagt, sonst geht es ja um einen Vergleich Hund-Wolf, dass die Hunde eigentlich nicht sehr tolerant sind. Die brauchen keinen Partner, die jagen nicht gemeinsam, die ziehen noch den Nachwuchs nicht gemeinsam auf. Das heißt, sie brauchen den anderen nicht wirklich. Das heißt, sie müssen auch nicht so tolerant sein. Sie können einfach sagen, okay, das ist meins und das war's jetzt. Das Kooperationsgen der Wölfe ist aber nicht verloren gegangen. Der Hund besitzt es auch. Er hat sich nur einen anderen Partner ausgesucht und das ist der Mensch. Ob alt oder jung, weiblich oder männlich, Hauptsache Mensch. Auf ihn ist er seit Jahrtausenden geprägt. Auf ihn hört er. Und ihm passt er sich bedingungslos an. Der Hund ist mit dem Menschen eine Verbindung eingegangen, die in der Tierwelt einzigartig ist. Im Reich der Pharaonen erlebt die Beziehung einen ersten Höhenflug. Die Ägypter errichten nicht nur eine der glorreichsten Hochkulturen der Menschheit, sie sind es auch, die dem Hund vor über 5000 Jahren zu Kultstatus verhelfen. Im alltäglichen Leben ist der Vierbeiner ein Gebrauchshund und erfüllt die üblichen Wächterpflichten. Auf den zahlreichen Baustellen des Landes, an Hof und Heim. Er wird aber auch als Familienhund gehalten, wie Quellen belegen. Er wird mit Namen gerufen und innig geliebt. Weit verbreitet ist der Tesem. Er gehört zu den ältesten bekannten Hunderassen der Welt. Mit seiner Bezugsperson geht er ein enges Vertrauensverhältnis ein. Er ist gelassen, aber aufmerksam. Droht eine Gefahr von außen, zeigt er sich sofort bereit, den Angreifer in die Flucht zu schlagen. So mancher Dieb hat Lehrgeld bezahlt, wenn ihm ein Tesem auf den Fersen war. Seine Qualitäten als Personenschützer sind es auch, die ihm im Totenkult der Ägypter einen herausragenden Platz bescheren. Der Vorstellung nach gehört der Hund zum Kreis der mächtigsten Götter. Als Anubis wacht er über die Verstorbenen auf ihrer gefährlichen Reise ins Jenseits. Er allein entscheidet, ob die Seele des Toten rein genug ist, um in paradiesische Gefilde überführt zu werden, oder ob sie in einer Zwischenwelt landet. Der Anubis-Kult ist dem Glauben der Ägypter so tief verwurzelt, dass sie sich sogar eine Glatze scheren, wenn ihr Hund stirbt. Das Ritual ist Ausdruck ihrer tief empfundenen Trauer. Zugleich zeigt es aber auch ihre Wertschätzung für den obersten Seelenwäger, dem sie das Tier als Opfer darbringen. Anubis soll auch die Hundeseele sicher durch das Totenreich führen. Noch älter als der Anubis-Kult ist die Kunst der Ägypter, bestimmte Hundetypen zu züchten. Herausgekommen ist ein langbeiniger, laufstarker Windhund. Der ideale Gefährte auf der Jagd nach Gazelle. Mit ihm eng verwandt sind die persischen Windhunde. Arabische Beduinen sollen die ersten gewesen sein, die sie gezüchtet haben. Sie nennen die reinlichen Tiere auch ein Geschenk Allahs. Über alte Handelsrouten gelangt die Rasse schließlich bis nach Mesopotamien. Im Zwei-Strom-Land stehen die Zeichen auf Sturm. Deshalb setzt sich dort ein ganz anderer Hundetypus durch. Jede Kultur hat die Hunde, die sie verdient. Wir dürfen nicht vergessen, Herrschaftsstrukturen haben sich geändert. Plötzlich wurden Heere installiert, weil Herrschaft über Besitz und göttliche Herkunft legitimiert war. Und wenn man Dinge besitzt, dann muss man schauen, dass man die behält und dass man vielleicht den Nachbarn das abnimmt, was sie haben. Also braucht man Heer, man braucht Mauern. Und die ersten Heere der Menschheit waren mit ziemlicher Sicherheit Mensch-Hunde-Heere. Und tatsächlich eine der ältesten genetischen Gruppen von Hunden sind die Molosser, also Kriegshunde. Mann gegen Mann, Hund gegen Hund. So sollen die Assyrer in die Schlacht gezogen sein. Im alten Persien sind die Molosser der Liebling vieler Herrscher und leben am Königshof. Um sie angemessen versorgen zu können, treiben die Regenten regelmäßig hohe Zusatzsteuern ein. Auch die Kaiser der Han-Dynastie lieben Hunde. Allerdings bevorzugen sie kleine Tiere. Die ersten Bekinesen werden gezüchtet. Im 4. Jahrhundert vor Christus entsteht in Athen ein Werk, das sich mit dem Verhalten von Hunden wissenschaftlich auseinandersetzt. Es ist die erste Abhandlung dieser Art und das älteste schriftliche Zeugnis über Zucht und Erziehung von Hunden. Im Kynegetikos steht auch, wie die Vierbeiner auf der Jagd eingesetzt werden sollen. Geschrieben hat den Ratgeber der griechische Felter Xenophon, der ein Faible für Tiere hatte. Die Befehle müssen knapp und eindeutig sein, notiert er. Und der Hundenname müsse kurz sein. Der Name seines eigenen Hundes war allerdings alles andere als kurz. Hepozentaurus. Hepozentaurus, hierher. Platz. 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 Aller Anfang ist schwer. Selbst der Verfasser des ersten Hundelehrbuchs der Geschichte soll immer wieder an seinen eigenen Ansprüchen gescheitert sein. Aber das bleibt unter uns. Versprochen? Platz, Hepozentaurus. Platz. Von Xenophon, dem Jüngeren, der die Abhandlung seines Vorgängers später ergänzt, ist sogar überliefert, dass er seinem Tier einen Platz im Bett eingeräumt hat. Angeblich, um die Verbindung von Hund und Herrchen zu stärken. Na, dann komm schon. Das Werk des Griechen fordert vom Halter, das Wesen der Hunde genau zu beobachten und zu verstehen. Seine Erziehungstipps sind noch heute brandaktuell. Der Kynägetikos zeigt, dass das Wissen um die Art und Weise, wie wir mit Hunden umgehen, schon wirklich sehr, sehr alt ist. Und wie er diese Tiere beschreibt, auf welche Art und Weise diese Hunde geeignet sein müssen, den Hasen oder das Reh oder das Wildschwein zu verfolgen und wie man ihnen das genau beibringt, offenbart, wie sehr er sich in diese Tiere hineindenkt, ja, wie viel Empathie er auch schon empfindet für diese Lebewesen. Also das ist eindeutig schon mehr als eine rein funktionale Beziehung zwischen Mensch und Haustier. Wie sich Hund und Mensch miteinander verständigen, ist eine der Hauptfragen der modernen Wissenschaft. An der Universität von Portsmouth untersucht die Verhaltensforscherin Dr. Juliane Kaminski die Mimik von Hunden. Sie sagt, das Minenspiel sei für die Tiere ein wichtiges Mittel, sich mitzuteilen. Wir haben uns vor allen Dingen eine Bewegung angeguckt, die der Hund sehr oft zeigt und auf die wir Menschen offensichtlich reagieren. Und das ist eine Bewegung, mit der der Hund seine Augenbraue hochzieht. Und das sieht man hier auf dem Foto sehr schön. Also das ist ein neutraler Gesichtsausdruck. Und hier sieht man sehr schön, wie der Hund eben die Augenbraue anhebt. Und das ist das, was wir sozusagen als den Hundeblick so ein bisschen bezeichnen würden und auf den wir Menschen offensichtlich reagieren. Vermutlich hat der sanfte Blick sogar die Evolutionsgeschichte des Hundes beeinflusst. Wer ihn beherrschte, empfahl sich für die Weiterzucht. Umgekehrt sind Hunde in der Lage, die menschliche Mimik zu verstehen. Berührungen und Bewegungen sind zusätzliche Zeichen, um sich zu unterhalten. In einem Experiment wird Harry mit zwei identischen Bechern konfrontiert. Nur unter einem liegt Futter. Unter welchem weiß das Tier nicht. Durch Gesten und Blicke weist die Forscherin auf das Versteck hin. Harry beobachtet Blick- und Fingergeste genau. Die Information kommt an. Er entscheidet sich richtig. Versuch Nummer zwei. Dieses Mal vermeidet die Forscherin den direkten Blickkontakt mit dem Labrador. In der Situation, wo die Hand auch nah am Becher ist, wo alles sehr ähnlich aussieht, aber es ist nicht kommunikativ, hat das für den Hund keine Bedeutung. Ohne Blickkontakt, nur mit Fingergeste, ist es der Hälfte der Testtiere nicht gelungen, den Becher mit dem Futter auswendig zu machen. Hunde können in unseren Gesichtern lesen. Das kann kein anderes Tier so gut wie sie. Eine Fähigkeit, die ihnen über die Jahrtausende in Fleisch und Blut übergegangen ist. Als sich Rom aufschwingt, zur reichsten und schönsten Hauptstadt der Antike zu werden, entdeckt die High Society ihre Leidenschaft für kleine, exotische Schmusehunde. Bei Festgelagen wuseln sie zwischen den Gästen umher. Wie niemals zuvor werden die Lieblinge mit Luxus überschüttet. Sie tragen goldene Halsbänder und zum Fressen gibt es für sie nur das Beste. Gänseleber, Eier, Fisch oder Huhn. Doch nicht allen Römern steht der Sinn nach Luxushündchen. Auch Jagdhunde haben ihren festen Platz. Windhunde sind beliebt, ebenso wie Bluthunde und Bracken. Oder der starke Molosser, der unerschrocken ein Wildschwein anfällt. Der auf Angriff trainierte Molosser steht auch zur Unterhaltung der Massen hoch im Kurs. Die Tiere sind furchtlos und zeichnen sich durch eine geringe Schmerzempfindlichkeit aus. Die Römer setzen sie in der Arena ein, wo sie mit Menschen, Löwen und Bären kämpfen müssen. Außerhalb der pulsierenden Metropole auf den weiten Feldern und Weiden der Bauern sind vor allem Wach- und Hütehunde unverzichtbar. Der römische Schriftsteller Kolumella schreibt, welcher Mensch meldet ein wildes Tier deutlicher oder mit gleicher Lautstärke wie der Hund durch sein Gebell? Welcher Knecht liebt seinen Herrn Inniger? Wer erweist sich als treuerer Gefährte, wer als unbestechlicherer Hüter? Deshalb muss der Bauer als allererstes dieses Tier erwerben. Seit unterschiedliche Hundegruppen vor Jahrtausenden gelernt haben, ihren Jagdtrieb zu bändigen, sind Hütehunde die wichtigsten Gefährten des Schäfers. Inzwischen gibt es viele unterschiedliche Rassen, aber in ihrem Wesen ähneln sie sich alle. Ihr Arbeitseifer, ihre Selbständigkeit und Ausdauer gehören zu ihren stärksten Vorzügen. Selbst große Herden halten sie mühelos zusammen, treiben sie vor sich her und schätzen auch noch ganz nebenbei Größe und Beschaffenheit des Geländes ein. Hütehunde gelten zwar als Gebrauchstier, aber eigentlich verfügen sie über Führungsqualitäten. Im Mittelalter gewinnt die gezielte Zucht von Jagdhunden immer mehr an Bedeutung. Die großen Fürstenhäuser, die als einzige ein Jagdrecht besitzen, leisten sich stattliche Meuten. Je größer die Anzahl an Tieren, desto höher ist das Ansehen ihres Herrn. Binnen kürzester Zeit entsteht eine richtige Jagdindustrie. Der Hund wird zum Statussymbol des Adels. Und der fordert, dass sein wertvolles Eigentum geschützt wird. Es dauert nicht lang, bis des Menschen bester Freund zum juristischen Gegenstand schwergewichtiger Erlasse wird. Das Lex Bayuvariorum gehört zu den ältesten Gesetzestexten Deutschlands. Eine Sammlung germanischer Stammesrechte aus dem 8. Jahrhundert. In 23 Kapiteln wird das Alltagsrecht der Bayern beschrieben. Minutziös. Kapitel 20 trägt den Titel Von Hunden und ihrer Buße. Der Text erlaubt einen tiefen Einblick in das mittelalterliche Zusammenleben von Zwei- und Vierbeinern. In diesem Kapitel, das sich nur den Hunden widmet, wird bereits von den acht verschiedenen Schlägen von Hunden gesprochen. Das heißt, das sind zwar noch keine Rassen, aber diese Hunde haben ganz unterschiedliche Funktionen. Und in diesen unterschiedlichen Funktionen sind sie den Menschen auch unterschiedlich viel wert. Da ist zum Beispiel vom Hoverwart sogar schon die Rede, also von dem Hof wohnt, der den Hof bewacht. Wenn der erschlagen wird, dann kostet das dem Täter drei Schilling. Er schlägt da hingegen den Leithund eines Jägers, also der die Meute an Jagdhunden anführt, dann muss er zwölf Schilling Strafe zahlen. Das bedeutet, diese Hunde hatten für ihre Menschen ganz unterschiedliche Wertigkeiten. Das macht natürlich Sinn, weil die Ausbildungen unterschiedlich aufwendig sind. Die kostbaren Hunde der feinen Gesellschaft stoßen aber nicht bei allen Zeitgenossen auf Gegenliebe. Es ist zum Beispiel überliefert, dass der heilige Korbinian sich ungefähr zur gleichen Zeit wie dieses Schriftstück entstanden ist, darüber aufgeregt hat, dass am Hofe des Herzogs sich Hunde zu Tisch aufhalten durften. Das bedeutet, die wurden am Tisch gefüttert und das hat ihm natürlich überhaupt nicht gefallen. Auch die Bauern und Leibeigenen leiden unter den neuen Privilegien der Jagdhunde. Denn sie zahlen die Zeche. Oft haben sie selbst kaum genug zum Überleben, müssen aber Frohendienste leisten, statt auf ihren Feldern zu arbeiten. Zu den Pflichten der Landbevölkerung zählt auch die Pflege und Versorgung der Vierbeiner. Nur erhalten sie dafür keinen Lohn. Die Lebensmittel stammen aus ihren eigenen Beständen. Eigentlich werden sie dringend selbst gebraucht, landen aber in den Futterschüsseln der edlen Tiere. Den meisten Familien ergeht es schlechter als jedem adeligen Hund. Das einfache Volk hungert. Der Lehnsherr hat das Recht auf seiner Seite und nutzt es schamlos aus. Die Feudalgesellschaft offenbart ihre soziale Kälte. Es dauert Jahrhunderte, bis die Bauern es wagen, gegen den Adel aufzubegehren. Die Kirche des Mittelalters steht dem Hund lange kritisch gegenüber. Schon in der Bibel steht, dass er unreinlich und wertlos sei. Die eine oder andere gut gemeinte Bewertung gibt es aber doch. Ein Zitat von Hildegard von Bingen lautet, Gib dem Menschen einen Hund und er wird gesund. Die berühmte Nonne war davon überzeugt, dass der Hund Wunden und Geschwüre heile, wenn er mit seiner Zunge darüber lecke. Im Bürgertum ist das Negativ-Image der Vierbeiner bereits wieder vergessen. Von da an stehen sie für Treue in der Ehe und für Fruchtbarkeit. Auch die Mitglieder der europäischen Königshöfe lassen sich gerne mit ihren Lieblingen darstellen. Als Zeichen ihrer Macht und als Versprechen ihrer Treue zum Volk. Schloss Sanssouci in Potsdam. Für seine geliebten Windspiele nimmt sich Preußenkönig Friedrich II. immer gerne Zeit. Seine Tiere sind seine engsten Vertrauten. Sie hintergehen ihm nicht. Der alte Fritz soll einmal verbittert festgestellt haben, dass sie in jedem Fall die besseren Menschen sind. Je älter der Regent wird, desto häufiger zieht er sich mit seinen Windspielen nach Sanssouci, den Ort frei von Sorgen, zurück. Stirbt ein Tier, lässt er es unweit der Familiengruft feierlich begraben. Man spricht nur mehr vom Nutzen. Aber dass ein großer Nutzen der Hunde darin besteht, unsere Sozialgefährten zu sein und uns damit jeden Tag sozial zu unterstützen, das heißt unseren Stress abzupuffern, Gefährten zu sein, die nicht so kritisch und beurteilend sind wie andere Menschen. Und die uns auch dann lieben, wenn wir im Schlafanzug herumlaufen, wenn wir nicht mehr schön und jung sind oder wenn wir vielleicht nicht gut im Kopfrechnen sind. In den eisigen Weiten Sibiriens kommt es in besonderer Weise auf gute Partnerschaft an. Der Samoyede ist dafür bestens geeignet. Er schützt die Rentiere, zieht den Schlitten und bewacht die Zelte der Nomaden. Für das Volk der Nenzen sind ihre Samoyeden unentbehrlich. Sie leben eng mit ihnen zusammen, gehören zur Familie. Ohne ihre Hunde könnten die Nenzen in der unwirtlichen Natur nur schwer bestehen. Das schweißt zusammen. Auch um die letzten weißen Flecken auf der Landkarte zu tilgen, kommt der Mensch auf den Hund. Roald Amundsen setzt auf Grönlandhunde. Seine Antarktisexpedition hat der norwegische Polarforscher akribisch vorbereitet. Tagsüber sollen die Hunde die Schlitten ziehen, nachts die Mannschaft wärmen. Im Wettlauf zum Südpol gegen seinen britischen Konkurrenten Robert Falcon Scott erweisen sich die Hundegespanne als die richtige Wahl. Scott, der auf Ponys und Motorschlitten setzt, hat das Nachsehen. Der Sieger heißt Roald Amundsen. Auch abseits der Forschungsabenteuer am Ende der Welt boomen in den Städten Europas Hundegespanne. Hundekarren sind die Kutschen des kleinen Mannes. Hunde sind viel billiger und leichter zu halten als kostspielige Pferde. Sie brauchen keinen Stall, keinen Hafer und kein Stroh. Sie sind die Pferde der einfachen Bauern und Straßenhändler. Anspruchslos, robust, folgsam. Und sie sind treu. Bis in den Tod. Im Ersten Weltkrieg werden sie gezielt als Helfer an die vorderste Front geschickt. Sie arbeiten als Meldehunde, spüren Leichen und Verwundete auf und helfen den Sanitätern. Leider sind Hunde auch heute noch mitten im Kriegsgeschehen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die gerade aus Afghanistan abgezogenen Amerikaner ebenfalls ihre Compat-Hunde dort hatten. Also Hunde, die nicht dafür gedacht waren, dass sie Sprengstoff erschnüffeln, sondern dass sie kräftig im Kampf mitmischen. Hunde können zum Beispiel sehr, sehr schnell und effizient sein beim Wegräumen von Vorposten in der Nacht. Also vor 15.000 Jahren war die Geschichte nicht anders. Also manche der Kooperationslinien zwischen Mensch und Hund sind erstaunlich ähnlich geblieben. Im Ersten Weltkrieg stehen die Vierbeiner den Soldaten als Maskottchen bei, als seelische Stütze gegen das Grauen der blutigen Kämpfe. Damals entdeckt auch der gefreite Adolf Hitler seine Zuneigung zum Hund. Er behält sie bei, auch in jenen Jahren, in denen er den Zweiten Weltkrieg entfesselt. Blondie ist Hitlers Liebling. Es heißt, dass er aber auch ihren Willen versucht hat, auszulöschen. Wie stark die Bindung zwischen Hund und Besitzer ist, testet der Verhaltensforscher Adam Mikloschi. Er untersucht, wie ein Hund reagiert, wenn seine direkte Bezugsperson ihn mit einem Fremden zurücklässt. Das Ergebnis ist so erstaunlich wie eindeutig. Sobald seine enge Bezugsperson den Raum verlässt, will der Hund ihr hinterher. Er reagiert wie ein Kleinkind, das von seiner Mutter verlassen wird. Er zeigt sich stark beunruhigt. Der Ausgangspunkt der Domestikation war die Anwesenheit des Menschen. Wenn es die Menschen nicht gegeben hätte, hätte es keine Hunde gegeben. Der Mensch ist sein Sozialpartner, seine Gruppe. Nimmt man den Hund aus dem menschlichen Umfeld heraus, ist das für den Hund keine natürliche Situation mehr, denke ich. Ohne Mensch geht es dem Haushund schlecht. Das ist seine Natur. Aber auch der Mensch kann nicht ohne seinen Hund. Doch wer passt zu wem? Dackel oder Dobermann? Spitz oder Schäferhund? Manchmal sehen Mensch und Tier einander ähnlich. Manchmal spiegeln die Hunde den Charakter ihres Besitzers. Alexander der Große bringt mächtige Molosser aus Persien mit. Konrad Adenauer hat Rottweiler geliebt. Frank Sinatra und Ronald Reagan verbindet nur ihre Leidenschaft für King Charles Spaniels. Des Pudels Kern auf der Spur war Arthur Schopenhauer. Und Dackel Lump soll Picassos längste und glücklichste Beziehung gewesen sein. Und sie ist ohne sie nicht komplett. Die Korgis der Queen dürfen im Buckingham Palace frei herumlaufen. Und die Weihnachtsgeschenke für sie sucht sie höchstpersönlich aus. Ob an der Seite mächtiger Frauen oder Männer, als Gefährte von intellektuellen Künstlern oder Promis, ihre Hunde sind ganz nah dran. Immer am Puls der Zeit. Wenn Hunde sprechen könnten, hätten sie viel zu erzählen. Um ihr Design geht es in erster Linie, als im 19. Jahrhundert die moderne Rassenzucht aufflammt. Das ist auch Lifestyle. Also die Hunderassen entwickeln sich ja wie die Mode. Also wenn sie irgendwie, wenn sie Autos vergleichen von 1890 bis jetzt, die haben sich auch verändert, die waren eckig und so. Und jetzt sind sie größer und flacher und haben Fließheck. Und das ist bei den Tieren, bei den Hunden ist das auch so. Im Keller des Naturhistorischen Museums Bern lagern fast 3000 Schädel. Die größte Hundeschädelsammlung weltweit ist Zeugnis des manchmal ungebremsten Gestaltungswillen des Menschen. Can do, will do. Was der Mensch machen kann, das macht er auch. Also kleine Rassen, die macht man noch kleiner. Große noch größer, bis sie nicht mehr gehen können. Und langhaarige Rassen, die kriegen noch ein längeres Fell. Generell kann man sagen, dass Hunderassen, die keine direkte Funktion mehr haben, dass die sich am meisten verändert haben. Der Ehrgeiz der Züchter hat Kreaturen wie die englische Bulldogger hervorgebracht. Die einst agilen Kleinhunde mutierten durch strikte Selektion zu zerknautschten Kolossen. Die Schädelsammlung zeigt, wie sich die Rassen rasant entwickelt haben. Jetzt haben wir ja vier, fünfhundert Hunderassen, das ist ja ganz verrückt eigentlich. Aber eigentlich ist alles, was vorher war, das war einfach so ein Potpourri. Das hat Hofhunde, Schlachterhunde, Zughunde, Jagdhunde, Windhunde, wie die alle hießen, oder? Aber das waren mehr oder weniger, das waren noch nicht gefestigte Rassen. Ein Rassehund mit verbrieftem Stammbaum und extravagantem Aussehen hebt das bürgerliche Selbstbewusstsein. Hundeausstellungen werden zur beliebten Freizeitunterhaltung weltweit. Betrachtet man die heutigen Hunderassen, so erinnert nicht mehr viel an ihren Urahn, den Wolf. Back to the Roots lautet das Motto in Norwegen. Emil Innaun will zurück zu den Ursprüngen. Er züchtet keine Rassehunde, sondern Mischlinge. Für den Profi-Schlittenhundeführer ist nicht der Stammbaum wichtig. Für ihn zählen die Funktion und das Wesen des Hundes. Früher hatte man ja auch keine Richtlinien. Das war ein reines Arbeitstier. Und da ging es wirklich nur um Leistung, um Qualität, um Überleben ja auch für die Menschen, aber auch für den Hund. Also es war ein wichtiger Partner der Hund und nicht irgendwie um Aussehen. Und diese Hunde, der Alaskan Husky, geht eigentlich wieder mehr in die Richtung, dass man klar sagt, man sucht sich die Tiere aus, die passen, auch im Charakter. Alaskan Huskys sind dem Urhund wieder näher, eigenständig stabil und jederzeit bereit, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Dass gegenseitiges Vertrauen die Basis für eine gute Mensch-Tier-Beziehung ist, bringt Innaun auch seinen Kindern bei. Und dass positive Erziehung der sichere Weg zum Erfolg ist. Alles entsteht über Zuneigung. Alles, was ich von den Hunden verlange, wenn es irgendwie geht, versuche ich über Liebe und Lob zu machen und Vertrauen. Alles, was ich mit Druck mache, das funktioniert zum Teil situativ, aber nicht über lange Zeit. Ein Leben ohne ihre Huskys ist für die Innauns möglich, aber sinnlos. Ein Hund kann zwar ohne Mensch überleben, das entspricht aber nicht seiner Natur. Er ist auf ihn geprägt wie kein anderes Tier der Erde. Sein Stammvater, der Grauwolf, hat sich über 100 Jahre lang nicht mehr in Deutschland blicken lassen. Und jetzt fasst er langsam wieder Fuß. Der Mensch hat das scheue Tier fast ausgerottet. Dabei hätte es ohne den Wolf den Hund nie gegeben. Seit Jahrtausenden sind die Vierbeiner die ständigen Begleiter des Menschen. Als Jagdgefährte, als Hütehund oder als Statussymbol der Mächtigen und Reichen. Ihr Blick trifft mitten ins Herz. Sie sind jederzeit bereit. Sie passen sich an, verstehen ohne Worte, sind treu bis in den Tod. Sie sind wie wir soziale Wesen, ein Geschenk der Evolution. Hunde sind die ältesten Haustiere in der Geschichte der Menschheit. Und sie sind unsere ziemlich besten Freunde. Sie sind die ältesten Haustiere in der Geschichte der Mächtigen und Reichen. Und sie sind die ältesten Haustiere in der Geschichte der Mächtigen und Reichen. Oder sie sind die ältesten Haustiere in der Geschichte der Mächtigen und Reichen.